hey meine lieben freunde willkommen zu jodoma oh mein gott ich muss hier noch mal nachgucken das ist ein komischer name oh 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 gott verdammt wartet wartet falsche maussteuerung ok es war ein bisschen hoch gerade das ist immer noch meine desktop einstellung für das spiel nutze ich eine andere oh ich höre da jetzt schon die mich verarschen ich habe nichts explosives oh doch 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 ich habe keine granate ok ah der war nicht schlecht ah gut oh oh wartet 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 oh ja ok einer hat hier hinten auch überlebt oder nee au mich dieses scheiß der hier sieht ein bisschen stark pigmentiert aus hallo oh alter hat denn der gefressen gerade hätte ich nicht irgendwie mehr lehm voll ich habe mich irgendwie ungünstig treffen lassen glaube ich wa ich schätze mal ich habe mich auch von welchen hatquep falsch treffen lassen ich höre glaube ich die 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 ist hier der ist hier bestimmt hinter ok ich es reicht mir schon hier ist auf jeden fall schon mal schrotmoni ich muss mich kurz hier durchhacken das hat sie mich nicht wo es direkt weiter geht na gut ok hier geht es ja gar nicht weiter oh kurzen stopp so ok da bin ich wieder es ist cool natürlich wenn das telefon genau neben dem mikro steht was habe ich jetzt eigentlich bekommen also lehm habe ich nicht bekommen die geizen hier echt mit leben oh was ist da oben aha augen aufmachen im straßenverkehr am besten noch drunter stehen das ist die beste idee nein natürlich störst du nicht so ok jetzt muss ich mal kurz umgucken ein bisschen lehm habe ich ich trau mich hier gar nicht aha ja sind doch schon Opferknonen vor mir unter mir vielleicht oh nein ganz schlechte idee den muss ich so ach da liegt er fuck kann ich den als erstes auslöschen wartet mal ok ist das wie tot ja ist das wie sau tot alter und sterf gut zombeins sind echt ätzende Typen muss ich mal ehrlich so sagen ok magnum money mhm vielleicht sollten wir die auch mal ein bisschen benutzen ok ok hier sehe ich jetzt noch keine großen vorkommnisse wartet mal ich nehme mal die money kurz mit weil in dem game ist hier echt alles heilig ha hier muss man echt sammeln ach guck mal einer an da ist ein wieder ein secret sozusagen aber wenigstens haben wir hier gute secrets eingeführt ok ah war schon mal nicht schlecht haben wir hier irgendwie ah munition für wahrscheinlich so eine spezielle munition wie granaten ja das dachte ich mir schmeiß das mal mit ich weiß nicht wozu ich die noch brauche oder von daher da beginnt das schon mal naja wenn es nur normale Headcats sind was sind die anderen eine ist müsste aber noch sein wissen die ich seh die nicht hä es waren noch drei Headcats oder bitte bin ich bescheuert sagt jetzt bitte nichts ich will auf so rhetorischen Fragen keine Antworten haben da war schon mal was schönes ok leben bitte liebe Entwickler ich hätte gerne leben bin ok ich nehme die Magnum Muni mit irgendwie habe ich das Gefühl jetzt geht es gleich ein bisschen dicker los ok ja gut das interessiert mich jetzt nicht und ok ok das ist mir wurscht ähm komme ich hier lang ah hier komme ich nicht lang alles klar ich muss da rein hä stehe ich jetzt nicht soll das nur als Atmo dienen oder sollte mich das schon auf irgendwas vorbereiten ok naja gut jetzt muss ich es einsammeln ah muss ich nicht solange ich neulich das Magazin wechsle ach ach Gott ja das ist natürlich ein bisschen doof dass sie schon immer vorne rein Geräusche machen noch vier Schuss habe ich bevor ich ein Magazin verbrauche jetzt muss ich ein bisschen aufpassen jetzt muss ich ein bisschen aufpassen ich kann mir gut vorstellen dass die jetzt aus den Seiten runter erkrochen kommen oder auch nicht vielleicht sollten sie das oder vielleicht dient das wirklich nur als Atmo ok das musste ich mal später mit Medikit auch machen Laceration detekted Wollte ich gerade sagen so ein Schuss habe ich noch wow ok so die denn das Seil keine Ahnung ich muss auf jeden Fall da lang schätze ich mal schmeiß ich die schon mal darüber ok bitte leben oh Gott oh sind die geizig ey ganz ehrlich ganz ehrlich Leben wow 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 alter alter ey jetzt ganz ehrlich ich habe mich glaube ich noch keinen Game noch nicht mal in irgendeinem Gruselgame so erschrocken ich kann es gerade immer noch nicht fassen wo kam der denn her oh Gott für mich sind wie seit die Zombeins absoluter Horror die sind einfach so ätzende Gegner so jetzt muss ich es einsammeln aber ist ja nicht so schlimm jetzt war es ja auch notwendig was geht es hier mit Heli los oder was uuuuuh kann ich hier runterspringen bringt mir das was längstens ah gut ok Map Change alter Scheiße dass mir gerade das Herz in die Hose rutscht ey es hat bis jetzt noch kein Game fertig gebracht also fast keins jetzt so mit der neueren äh Generation hier irgendwie mich so zu schocken also mich wirklich so erschrocken ey weil ich mit einfach wirklich einfach wirklich nicht mit sowas gerechnet habe und ich habe ihn vor allem auch nicht gehört das ist das Schlimme ja eigentlich das ist ja eigentlich das Schlimmere von meinen nein oh ey die machen irgendwie keine Geräusche oder die sind sehr leise ist hier irgendwo was hinter nein ok hat der sein können ok alter ey das liegt mir auf jeden Fall in den Knochen gerade so ein Blödsinn so ein Quatsch ok ok Schnauze Kackviecher so abstellen steht da jetzt so das scheiß Zombein naja wenn ich erstmal das ähm ich weiß gar nicht ob ne bestimmt noch nicht noch lange nicht äh wenn ich dann irgendwann das oh ich höre da schon wieder Ameisen wenn ich dann das Half-Life Episode 1 glaube ich ähm Projekt anfange dann äh werde ich damit ja auch noch gut konfrontiert na komm naja oh oh upsala na gut du bist tot ich höre hier noch ein paar Zombeins irgendwo klopfen wahrscheinlich da hinten aber erstmal gucke ich mich hier um lebenstechnisch was liegt denn da ein Stück von der Ameise und da liegt ah gut ok ich muss glaube ich eh lang vermute ich mal oder nö hier ist schon mal Munition und wieder ein wenig leben schade dass sich die Zauns von denen wesentlich eingepflügt haben von diesen Larven Ameisennarven die sind eigentlich auch ganz cool die mag ich da haben sie sich was tolles einfallen lassen muss ich so sagen oh zieh einer an ok wir müssen das hier rüber holen äh Kumpel wo klopfst du an warum nö hm muss ich dir helfen er muss ich wie eine animation festlegen der dumme zomi sehr schön ja riechtig mach es tu es und jetzt achso ich muss wahrscheinlich rausgehen das habe ich jetzt nicht zu das habe ich jetzt nicht zu was ist jetzt los wo würdest du bitte achso hehehehe ja alles klar oh ich habe wieder Ameisen ähm ne da nicht mal wieder Schrotflinte was ist hier unten eigentlich ist das ein geheimen sieht so aus oder oh es ist nur Deko oh muss ich hier noch eigentlich irgendwas machen nö ok wow oh Gott Mann habe ich hier irgendwas falsch eingestellt oder warum ist das so leise war unschlau oder naja zum Glück waren die nicht allzu viel Damage ok ok muss ich jetzt hier auch noch irgendwas einstellen oder habe ich jetzt hier einen Bug es kommt mir gerade so ein bisschen vor als wenn er festhängt Kumpel äh ok Freunde der Part ist vorbei ist eigentlich gar nicht mal so schlecht dann kann ich mal kurz gucken was ich falsch gemacht habe achso also doch haha wir sehen uns zur nächsten Folge Freunde tschau wow wow wir sehen uns schreät wie mit nicht mich hast